Hallo zusammen, heute sprechen wir über meinen absoluten Lieblingsbuchstaben im deutschen Alphabet, das Z. Schaut euch mal die Form an, diese klare Linienführung, die scharfen Kanten, die Einfachheit, gleichzeitig der Ausdruck von Kraft und von Abschluss. Nicht ohne Grund steht das Z bei uns ganz hinten im Alphabet. Wenn das Z kommt, dann kommt danach nichts mehr. Ein wunderschöner Buchstabe, der in unserer Sprache im Gegensatz zu seinen beiden unbeliebten Nachbarn X und Y sehr viel häufiger vorkommt. 16 Mal so häufig wie X und Y zusammen. Dem Z verdanken wir so viel. In der Mathematik bezeichnet man mit dem Z die ganzen Zahlen. Was für eine Auszeichnung. So großartige Lebensmittel wie Ziegenkäse, Ziegenmilch oder wie Zimt kommen ohne das Z nicht klar. Genauso wie epische Filme Zorro, die Unterdrückung und die Auflehnung gegen Unterdrückung symbolisiert durch das Z. Und denkt an die ausdrucksstarken Begriffe, die mit Z gebildet werden. Wie Zauberei, Zukunft, Zeit oder Zahnlücke. Auch ich persönlich bin dem Z sehr verbunden. In meinem Nachnamen sind gleich zwei Zs untergebracht. Ich bin also in meiner Abstammung sehr vom Z abhängig. Nicht nur das, ich liebe das Z so sehr, dass ich es gleich fünfmal, tatsächlich fünfmal in den Vornamen meiner beiden Töchter untergebracht habe. Ich bin dem Z sehr, sehr verbunden. Aber wisst ihr, was mir am Z auch sehr gefällt? Dass es ein Buchstabe ist. Und wenn es ein Buchstabe ist, dann kann es vor allem nicht zensiert werden. Im Unterschied zu so vielen anderen Dingen, die ich liebe. Stellt euch mal ein Regime vor, das auf die Idee käme, einen Buchstaben zu zensieren. Mit der Argumentation, dieser Buchstabe würde einen Angriffskrieg befürworten. Welch eine Zäsur wäre das? Was für ein Zensurregime könnte das denn nur sein, dass dieses Argument ausschließlich dann anwendet, wenn der Angriffskrieg von einem gegnerischen Block kommt. Aber wenn Angriffskriege aus dem eigenen Block in den letzten Jahren gekommen sind, dann gab es nicht nur keine Zensur gegen die Symbole des Angriffskrieges. Nein, die Befürworter sind sogar in Politik und Medien aufgetreten und haben den Angriffskrieg befeuert, wurden niemals dafür belangt. Gott sei Dank leben wir nicht in so einem Zensurregime. Das wäre wirklich eine Zäsur zondergleichen. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.